So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO und es ist soweit, Ramses ist zurück. Manche werden nicht mal gemerkt haben, dass ich überhaupt weg war. Andere werden gesehen haben, dass ich Videos gemacht habe aus München und keine Streams kamen, weil ich unterwegs war im Urlaub. Andere, die gibt es gar nicht und deswegen, wir sind zurück. Und eigentlich wäre ich 16 Uhr da gewesen. Nein, es gab Probleme. Ich bin erst kurz nach 18 Uhr gekommen. Jetzt bin ich im Prinzip gerade frisch fertig geworden. Alles hin und her, deswegen konnte ich auch die Raidmania nicht streamen. Obwohl ich mir die Leute trotzdem wieder aufgeschrieben habe, die eingeladen haben. Und morgen geht es schon direkt weiter. Morgen, neues Event. Morgen, neuer Raidboss. Heute war der letzte Tag dann, beziehungsweise gut bis morgen, 10 Uhr habt ihr noch Zeit, die Regis zu raiden. Regi Ice, Regi Steel, Regi Rock. Wenn ihr noch ein gutes Exemplar braucht oder wenn ihr noch das Shiny sucht, dann nehmt das noch mit. Ihr habt jetzt abends noch Zeit, ihr habt morgen tagsüber noch Zeit. Aber morgen kommt der neue geheimnisvolle Raidboss. Und es ist Regi Gigas. Da wurde ja schon viel rumdiskutiert und vorher rumgemacht, ne. Und ich habe gesagt, ja, ich tippe auf Regi Gigas. Vielleicht kommt es ja sogar als Shiny. Viele haben gesagt, sie denken auch, dass es Regi Gigas ist und deswegen jetzt die drei Regis nochmal da. Manche wissen auch gar nicht, was Regi Gigas ist. Den gab es damals mit einem Ticket in der Spezialforschung. Und dann wurde der für alle in den X-Raid gepackt. Aber man musste erstmal eine X-Raid-Einladung kriegen, um die Chance zu haben, den zu raiden. Und jetzt ist er wirklich für alle. Und dann auch noch direkt als Shiny. Manche haben das also gar nicht. Andere haben das, aber vielleicht nur ein oder zwei Mal die Chance drauf gehabt. Jetzt hat jeder die Chance und man kann es direkt auch gleich als Shiny bekommen. Ich denke mal, da ist das Interesse der Leute riesengroß. Noch größer als bei Eviltal und Xerneas oder wie die heißen. Denn es ist halt Shiny da. Im Endeffekt ist das Pokémon wieder komplett sinnlos. Es ist vom Typ normal. Es hat die höchsten Wettkampfpunkte von allen legendären Pokémon. Aber es ist vom Typ normal. Es hat keine guten Attacken. Man kann damit eigentlich nicht wirklich was machen. Aber man möchte es natürlich haben. Und so ein 100er auf Level 50 max gepusht, wäre auf jeden Fall mein Ziel. Aber ich werde jetzt nicht komplett reinsuchten. Oder vielleicht doch, ich weiß es noch nicht. Gucken wir uns an. Auf jeden Fall, Regigigas-Rades für Zuschauer mit Shiny dürfte auch wieder für euch interessant sein. Bei Eviltal und Xerneas war das ja eben nicht der Fall. Zusätzlich zur Regigigas gibt es aber ein Event, das Sonnenwende-Event. Und das finde ich immer total. Lunastein, Sonnenfell, alles. Guckt euch ja hier die Details an. Ihr wisst das hier. 17. Juni, das ist morgen. Meine Brille beschlägt immer zu, weil es so warm ist. Und ich total fertig mit der Welt. 17. Juni, 10 Uhr. Schreibt es euch wieder in den Kalender. Bis 20. Juni. Was ist denn das? Das sind ja nur drei Tage. Also das Event. Regigigas ist anders. Regigigas ist bis zum 1. Juli da. Also da habt ihr jetzt ein bisschen Zeit. Das Sonnenwende-Event. Sommer-Sonnenwende-Event. Das wird ja immer komplizierter. 17. bis 20. Juni. 10 Uhr bis 20 Uhr. Packt es euch in den Kalender. Schreibt es euch da rein. Fragt nicht immer wieder nach. Wann war das nochmal? Wann war es? Wenn ihr das jetzt einmal hier hört, schreibt es euch da rein. Weltweit. Lunastein, Sonnenfeld, Seemobs. Und mehr erscheinen häufiger wild. Ist jetzt nicht so spektakulär. Und dann mit etwas Glück begegnet ihr einem schillernden Relaxo. Also ist das auch häufiger wild oder was? Ja, dann schreibt es doch dazu. Bruder, was ist da los? Lunastein, Sonnenfeld, Klick und mehr erscheinenden Raids. Bei jedem Sonnenwende-Event. Und das wendet sich ja immer zweimal im Jahr. So wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Gibt es Lunastein- und Sonnenfeld-Raids. Klar. Das ist sinkontinental. In dem Event sind sie beide da. Ihr könntet dann auch raiden. Wer das Shiny braucht, nimmt das natürlich noch mit. Klick. Ist auch immer mal dabei. Ich bin Klick. Ich bin auch dabei. Genau. Nördliche Hemisphäre. Das ist jetzt auch nochmal ein Unterschied. Nördlich. Janma, Panflam, Sesokids, Sommerform. Das ist das Grüne. Ich habe immer noch keins. Habt ihr schon ein Sesokids in der Sommerform? Schreibt es mal in die Kommentare. Erscheint auch häufiger wild. Und in den Raids. Nördlich Raids. Alola Knogga, Janma, Lilminip und mehr. Alola Knogga Raids. Gut. Waren damals interessant. Da gab es den Alola Knogga Raid Day. Ist jetzt auch eigentlich nicht mehr so krass. Finde ich. Südliche Hemisphäre. Schnäppge, Schneebedeck, Sesokids, Winterform. Also alles was kühl ist. Ich brauche aber die Sommerform. Das heißt wir befinden uns ja wahrscheinlich in der nördlichen Hemisphäre. Deswegen kommt bei uns die Sommerform. Die können bei uns jetzt nicht mitten im Sommer hier Winterform Sesokids einführen. Aber die Raids. In der südlichen. Labras, Keifel, Schnäppge. Finde ich auf jeden Fall. Labras, Keifel, Schnäppge sind für mich interessantere Raids als Alola Knogga, Janma und Lilminip. Ihr könnt immer reinschreiben, was ihr besser findet. Nördlich oder südlich. Welche Sesokids ihr noch braucht. Allgemein gibt es Raid bezogene Feldforschungen. Feldforschungen auch für Janma. Nördlich und Schnäppge südlich. Ich brauche eigentlich nur Sesokids. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Und natürlich Regigigas, Shiny. Das nimmt man natürlich mit. Lunastein und Sonnenfälle erscheinen häufiger im Event. Nach dem Event wechseln beide Pokémon die Region. So, dass Lunastein in der östlichen zu finden sein wird. Sonnenfälle in der westlichen. Das ist, das eine ist Hemisphäre. Und, ne, das ist auch Hemisphäre. Boah. Blickst du eh nicht durch. Versuchst dir gar nicht durchzulesen. Fang einfach, was da ist und dann passt das. Wenn du spooven kannst, geh da hin, wo du sonst nicht bist. Dann hast du vielleicht was anderes. Mehr brauchst du nicht. Der Kumpel bringt häufiger Items, Pogebälle, Laufdistanz für ein Herz mit dem Kumpel ist halbiert. Ein Kilometer pro Herz. Statt. Zwei. Hä? Gut. Und jetzt nochmal zum Regigigas. 17. Juni, 10 Uhr bis 1. Juli. Das ist nicht nur drei Tage. Das bleibt wirklich bis zum Juli. Dann weiß man wieder nicht, was kommt. Da können die Spekulationen jetzt auch schon wieder scharf gehen. Ich feiere Regigigas trotzdem als Pokémon. Ihr sicherlich auch. Mal gucken, wer sich eins gönnt, wer ausrastet. Aber lasst euch jetzt nicht von den WP so heftig beeindrucken. Letter King hat auch viele WP, aber ist trotzdem nutzlos. Aber alle wollten immer zu Letter King Raids machen. Habe ich nicht verstanden. Gab es auch nicht als Shiny aus dem Raid. Musste jetzt nicht unbedingt sein. Es saßen so oft, bummelt es überall rum. Braucht man eigentlich keine Letter King Raids. Hier habt ihr das Ganze nochmal stehen. Hier seht ihr auch nochmal das Shiny. Ist so ein bisschen bläulich. Ist okay. Gehen wir aber gleich weiter. Denn was ist noch wichtig? Morgen 17. Ich werde morgen also ein Shiny Regigigas Community Raid machen. Ab 11 Uhr kann der ja dann aufgehen, wenn ab 10 Uhr die Eier erscheinen. Das ist das Video für morgen, was ich jetzt schon mal ankündige. Und für Freitag plane ich dann schon mal, mein Krypto Ho-Oh abzuholen. Denn ab morgen gibt es auch Krypto Ho-Oh bei Giovanni. Dementsprechend da auch wieder eine Spezialforschung. Dadurch, dass Zap doch so lange da war, habt ihr für Krypto Ho-Oh unendlich viel Zeit. Nämlich bis zum 1. September 2021. Das fängt auch, das fängt heute Nacht schon an irgendwie. 0 Uhr. 17. Juni 0 Uhr. Bis 1. September 0 Uhr Ortszeit könnt ihr Krypto Ho-Oh bekommen, wenn ihr euren Super-Rocket-Radar einsetzt und Giovanni besiegt. Ihr habt also ein bisschen Zeit. Macht das. Nehmt das mit. Keine Ahnung. Man kann ruhig jedes Krypto-Legendäre einmal catchen. Wer noch keinen hat, hebt es nicht immer auf fürs Nächste. Wer weiß, wann das Nächste kommt und ob das Nächste überhaupt kommt. Wird also eine sechsseitige Spezialforschung beinhalten. Krypto Ho-Oh, ob das jetzt so krass ist oder nicht, weiß man nicht. Krypto Lugia steht immer noch aus. Krypto Lugia sah ja anders aus. Weiß man aber nicht. Bringen die das so rein? Bringen die das auch normal rein wie die anderen Sachen? Krypto Lugia vielleicht doch zum Go-Fest. Ich bin gespannt. Ho-Oh wird halt mitgenommen, aber an sich ist halt theoretisch was Neues. Aber Ho-Oh ist für mich einfach nicht so ein krasses Pokémon. Wenn ich Ho-Oh unterschätze, schreibt es gerne mal rein, wofür Ho-Oh gut ist, wofür man Ho-Oh nimmt. Und dann haben wir noch was, was aber jetzt noch ein bisschen Zeit ist. Morgen erstmal also Riggigas wichtig. Krypto Ho-Oh wichtig, ja. Nehmt das alles mit. Macht da euer Zeug. Aber das Bidiza-Event wurde noch angekündigt. Was ist das denn? Bidiza-Event. Ab 25. Juni. Bidiza erscheint die ganze Zeit vom 25. Juni bis 1. Juli. Also auch so lange wie Riggigigas dann da ist. Nur dass das später anfängt. Gibt es vermehrt Bidiza? In Raids, Feldforschungen, in der Wildnis und auch als Shiny dann erstmals verfügbar. Gegen Ende des Events erscheint Bidiza noch häufiger. Team Go Rocket benutzt Krypto-Bidiza. Bidiza-Aufkleber an Pokestops und aus Geschenken. Das ist ein Pokémon, das hat seinen eigenen Hype. Alles so Taupsi, Taupsi. Jetzt kommt die Bidiza-Fraktion ins Spiel. Und was das erste Mal ist, das Pokémon kann verschiedene Ladeattacken während des Event-Zeitraums erlernen. Steht auch hier dabei. Während dem Event kann Bidiza unterschiedliche Ladeattacken erlernen. Fangt dazu Wilde Bidiza oder verwendet eine Lade-TM auf Bidiza. Welche Attacke es waren erlernen, könnt ihr der Tabelle ansehen hier. Spukball vom 25. bis 26. Juni. 10 Uhr bis 0 Uhr. Also das fängt da an und geht am nächsten Tag aber bis 0 Uhr. 27. direkt in der Nacht bis 28. 0 Uhr sind also genau direkt zwei Tage Donnerblitz. Dann 29. bis 30. die zwei Tage Eisstrahl. Und dann Bidiza-Fast. Wie heißt die Entwicklung? Ist egal, die Entwicklung kann dann auf jeden Fall Hyperstrahler lernen. Vom 25. Juni bis zum 1. Juli. Also das geht von Anfang an bei der Entwicklung. Ist vielleicht wieder für die GBL nützlich, sinnvoll. Ansonsten könnte man sagen, ich habe ein seltenes Bidiza. Meins kann Spukball. Guckt euch das an, das kann das nicht. Und andere Boni. Da kracht es euch jetzt alles aus dem Sockel. Zusätzlich gibt es im Event einen Bonus für das Fangen von Pokémon, der gegen Ende des Events ansteigt. Zweifache EP beim Fangen. 25. 26. 10 Uhr und dann Folgetag bis 0 Uhr. Solange wie es hier auch Spukball gibt. Dreifache EP beim Fangen. 27. und 28. Beide Tage. Solange wie es also Donnerblitz die Attacke gibt. Und vierfache EP beim Fangen. 29. und 30. Juni. Komplett zwei Tage, 48 Stunden. Vierfache EP mit Glücksei. Achtfache EP. Die Leute rasten komplett aus. Gab es bis jetzt noch nie bei uns. Es gab ein kleines Event hier, wo man wirklich, wenn man alles timet, bis zu 73.760 Erfahrungspunkte bekommen konnte, mit einem einfachen Fangen. Aber da musste wirklich alles passen. Trotzdem. Wenn ihr noch Erfahrungspunkte braucht, nutzt das aus. Auch wenn ihr Pidiza gar nicht mögt, egal, nutzt das aus. Fangt einfach ein paar. Einfach so zum Spaß. Gönnt euch das Shiny. Gönnt euch die EP. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ist was Neues, gab es in der Form noch nicht. Schreibt mal rein, auf was ihr euch besonders freut. Freut ihr euch auf Rigi Gigas, das Shiny? Freut ihr euch generell auf das Sonnenwende Event? Freut ihr euch auf Krypto Ho-O? Oder freut ihr euch auf den Pidiza Tag? Ist ja auch nochmal aufgezeigt. Hier sieht man auch nochmal das Shiny. So und so. Ist ein bisschen heller. Das musste ich jetzt so schnell loswerden, bevor es dann morgen richtig wild wird. Mit Shiny, Rigi Gigas, Community Raid. Und ich bin zurück. Es wird wieder Streams geben. Es wird wieder Videos geben. Alles on top. Und ich habe so viel Material noch dabei von München. Und dann ist ja noch Natur, Rien, Flatti, Wanderung, Zeugs, alles. Das muss alles noch gemacht werden. Also da wird auf jeden Fall einiges kommen in nächster Zeit. Schreibt mal rein, auf was ihr euch besonders freut. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Wo war der hier oben, Mann?